Ja, zurück zu Burst by Sleep Final Mix, hier am letzten Malephits angelegt, beziehungsweise mit der Drachenform von Malephits. Das hat nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Und... Neuer Part. Neues Glück. Naja. Das ist so früh gelattet. Oh Mann, diese blöde Schockwelle von hier. Oh ja. Ich will immer so schnell leben bei hier. Das ist zum Kotzen. Manchmal schafft es den 1-2-Move mich schon... Ja... Ich will das machen. Ich werde mich früher heilen. Ich heile mich teils auch zu spät, merke ich. Ja, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh. Och, Aqua. Och, Mann. Ja, ich seh. Ich habe das vier... Ich habe das vier gedrückt, aber anscheinend... Geilter Schmier als Rolle, ja. Toll. Wenn es speigt, kann ich gar nichts machen. Oh ja, super. Das trifft mich da hinten auch. Weil, was macht Prinz Philipp da hinten? Ja, natürlich doch. Das ist Zufall. Das ist einfach nur... Zufall, was sie macht. Wenn sie spuckt, dann kann ich nichts machen. Ich kann nichts machen, wenn sie spuckt. Ich kann mich kurz heilen, bin aber kurz darauf wieder... Ja, fast tot, so wie jetzt. Ja, was soll ich in der Situation mit denen machen? Ich kann mich kurz heilen, aber... No. Obwohl, ne, ne, ne. Mach ich nie was. Danach mal zurückziehen und wieder... Dann wird es auf jeden Fall... Ach, es ist nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Ja, ich wusste es. Das war blöd. Ich komme. Ach, deswegen. Oh, nein. Ich habe es gesehen, Philipp. An dem Moment down. Und dann kann ich nichts machen. Dann kann ich echt da nichts machen. Aber das Feuer trifft mich dann auf jeden Fall. Und dann muss ich mich... Ich hör' meinem jetzt. Ich bin jetzt. Wir gehen. Ich kann da nichts machen. Ich kann da echt nichts machen. Ich kann ihn dann nicht heilen. Gibt es irgendeinen Ort, wenn sie spalt, wo es sicher ist, wo ich nicht getroffen werde, außer hinter Phillip. Gibt es da irgendeinen Platz? Hier! Hier! Jetzt! Werden hätte ich auf jeden Fall getroffen. Hier! Ich kann da nicht heilen. Ich bin auf dem Weg. Jetzt fängt die Fosan. So machen wir sowas. 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 Wenn es in dem Part nicht funktioniert, werde ich ein bisschen trainieren. Dann werde ich auf jeden Fall ein bisschen trainieren gehen. So, jetzt macht sie die Phase. Ach, Mann! So, eins, zwei, drei und ver-pissen. Super! Ich kann da überhaupt nichts... Ich kann da gar nichts machen. Ich kann da echt gar nichts machen. Es ist zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen. Was soll ich noch... Was soll ich noch tun? Was kann ich da machen? Dann brettert mein Life so schnell runter, wenn sie mit dem Feuer anfängt. Das macht so viel Schaden. Das macht so viel ekelhaften Schaden. Ja! Tom! Farewell! Ha! 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 Hier! Na! Ha! 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 Take that! Jetzt! Hier! Jetzt fängt das an. Das war's mit dem Fokus. Jetzt! Hier! 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 Okay Ja Okay, ich glaube, da habe ich eine Idee, wie ich es mache Findet bitte einfach wieder auf Ja, ich bin unterwegs Dann machen mein Fokus-Store jetzt wieder voll Das heißt, wenn er... Ja Das heißt, ich kassiere da ein bisschen Schaden durch das Ganze Aber ich weiß, dass er wieder runterkommt nach einer Weile Ja, und das wird meine Chance, hinzuzuschlagen Weil ich kann dieses Feuerspein nicht riskieren Ich habe nämlich gesehen, wie weit das geht Zu weit Ich muss warten Ich muss warten, bis er wiederkommt Weil ich habe Schiss, dass die Zeit nicht reicht Obwohl Ich gehe lieber auf Nummer sicher und mache das so Oh, es ist geschafft, mein Wie könnte man das ein Akt Nein, 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 nein Nein! All together, now Sword of Truth fly swift and sure that evil die and good endure. Let's go. Es ist die Macht der wahrheitliche Liebe, die dich verletzt hat. Ich werde nicht verletzt von etwas so insignificantes wie Liebe. Du wirst gar nicht wissen, dass du das erste Mal über das Thema wirst. Du bist zu verletzt mit der Dunkelheit, um zu sehen, dass es etwas größer ist. Die Dunkelheit, die ein Herz mit der Dunkelheit wurde. Ich will das ganze Zeit, aber du wirst nie so schäuert ein Herz mit der Licht. Vielleicht? Aber du wirst sie eine Sache, als es sich Licht gibt, wird es色ge sein. Ja, und in Zeit werden viele mehr dazu getragen, und dann werden sie alle zu mir gehören! Terra, du bleibst für mich stärker bleibst. Oh, komm. Ich bin doch nicht die Welt, sondern der Boss. Ja, anstrengend. Wenn man die Strategie nicht weiß. Terra, wo geht er? Okay, welche Welt kann die jetzt? Achso, Radiant Garden. Gut, das heißt, das nächste Mal, wir nach Radiant Garden gehen. Bis dann! Bis dann. Bis dann. Bis dann.